Hallo und herzlich willkommen zu Modern Minecraft mit dem Chris und mit dem Kai. Hallo. Wir sind hier in der Höhle, beziehungsweise ich habe hier gerade die paar Ärzte, die hier noch waren, vom letzten Mal rausgegraben. Das waren ja nicht viele. Und ich habe hier die Höhle gefunden. Hier sind noch mehr Ärzte, Ärzte! Was machst du, Chris? Ich gucke unsere Welt an. Oh mein Gott! Ich habe Kohle gefunden. Kohle! Was ist denn ein Eintriffs-Obelist? Was ist das? Äh, das ist auch ein Grabstein. Ein Obelist. Also kann nicht den kaputt machen. Guck, du, halt die Maus drüber, wenn da irgendwas steht mit Gravestone, dann ist ein Grabstein. Da steht Formiumcraft. Formcraft? Ja. Dann würde ich es nicht abbauen. Das ist gefährlich. Verpiss dich! Verpiss du dich! Genau so! Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das Skelett ist Nila aber gesprungen. Hä? Was, hä? Was, hä? Kontext, bitte. Der ist ein Schweinis! Der ist ein Schweinis! Das Skelett hat mich angegriffen, da ist Nila aber gesprungen. Freiwillig. Naja, da war Wasser im Spiel. Wer war ein Wasser im Spiel? Hallo? Äh, bleibst du! Äh, bleibst du! Ey, Schweinis! Sprich doch nur um! Schwein darf ich aber umbringen, weil wir die eben nicht... Boah, was will ich mit Schwein? Äh, du bist doch Schweinophil, deswegen... Äh... Weiß ja nicht... Du mir erklär mal an! Ah! Mehr, Mann! Ich brauche mal übelst was zu essen! Ja, deswegen töte ich auch ein paar Schweinis, Mann! Oh, Dias! Echt? Ernsthaft? Ja! Drei Stück? Wir haben bestimmt mehr Dias als Kohle! Nene, ich habe schon Kohle gefunden. Und da sind noch mehr Dias. Also ich habe jetzt 5 Dias. Oh, ein Skipper! Ich bin wohl noch ein D4! Offenlich stirbst du, Mann! Nice, der ist tot. Aha, wieder Hex angemacht. Ja, Speedhack und so. Trigger und so. Ey, ist... Was ist das? Ah! Ah! Irgendein Öl! Die Zombies regen mich auf mit ihren kopflosen Köpfen! Ne? Ein Nökelfehler. Hallo? Tchuuu! 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 Hallo Kai! Ich bin zuhause! Will ich nicht! Aha, loser! Kai, wo ist Kohle? Ich brauche Kohle! Ich habe Kohle! Gib mal Kohle! Bin ich da? Gib mal Kohle bitte! Oh du Schatz! Oh du Schatz! Oh, Quarz! Komm mit dir zurück! Es gibt übrigens kein Quarztast mehr! Also doch schon, aber den kriegst du nicht mal aus den Ohren, den musst du selbst herstellen. Was und was stelle ich das her so? Indem du den... das in Kaputtmacher steckst. In den Pulverlierer? Ja. Oh, ich kenne den noch! Was für eine Aussage! Oh, ich kenne den noch! Ja! Weißt du wie lange her ist, ich Minecraft gespielt habe, ey! Wie hier überall so kleines Gold ist, das will ich aber nicht. Da ist Tinohr, ey! Naja, ich nehme es mit. Was ist das? Let, 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 hab ich dabei nicht. Das große! Das große Gold vorkommen! Hm! Hm! Ja, es gibt jetzt auch... Es gibt praktisch rare Rohstoffe und über-rare Rohstoffe. Also, es gibt praktisch so kleine Rohstoffe, es kann so voll... also, wo du dann praktisch ein... Ich glaube nur so ein Nugget oder so rauskriegst und welche, da kriegst du dann drei Ohrs raus. Ah! Oh! Mmh! Das ist gut gemacht! Muss ich schon sagen! Und quasi der Minecraft vom Herrn. Kein gar nichts mehr. Außer so ein bisschen... Ja, das ist halt, äh... Mod halt. Der Kai ist quasi mein Lehrer und ich bin sein Padawan. Hallo! Ich komme, ich komme heim! Äh! Und du hast den, äh, ähm, den, wie heißt, den Aufgang nach unten hast du total vermesselt, ey! Ich bin schon wieder hier oben. Mit Regal, man. Bin jetzt unten. Mit Regal, man. Ich habe nicht viel Kohle leider. Ich bin, in den Ofen, wie ist Schweinefleisch, ne? Was? Was? Ich brauchte Essen, man! Hallo! 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 haben wir holz ich hab holz ich hab uns lagerplatz gemacht chris stelle ich mal vor mich ich will aber nicht glauben ich will grün ich habe nur blaue ausschließlich noch mehr bitte warte warte ok da mache ich dir noch eine axt wir haben jetzt beide genau dieselben tools hatte mal zwei jahre dafür konnte kein obsidian ich meine selbe wie eisen bloß die stabile die stabilität wie diamant mäßig also wie langs hält ja und fast so schnell wie diamant oder so und der damage ist auch fast so stark wie diamant guck das hat 7 attack der menschen ich glaube dir hat 7,5 dunkeltrauten boah ich hab jetzt 32 torches 32 wie krieg ich null ja und das ist ein fairer delay das ist ein sesschenstein du hast geld für essen bekommen ja das war genug limestone oh das sieht cool aus hier leiden ist eigentlich eine farbe also ich denke das ein grüner stein oder keine ahnung das sieht ziemlich blass aus also ich weiß jetzt nicht genau erst von schüssel zwei lol es gibt schissens blocks in der map in der map ich habe ich habe gerade reichhaltige reichhaltige kohle gefunden nein kohle gefunden oh schon wieder reichhaltige kohle ja das kohle ja sowas wie bei kohle findest du eigentlich fast nie nicht reichhaltige kohle nur eher bei so was wie gold oder so das da findest du vielen unreichhaltige ja ich sag doch nur aber bei sowas wie gold oder so dass da findest du vielen unreichhaltige ja so pure oder so heißt die oder glaube ich ich muss mal ein zeug ablegen ich gehe wieder mit meinem ganzen zeug runter bin ich blöd dann macht er mal alter mich hat gerade das schwein erschreckt dann macht zurück auf mich anzug keine katze man lol warum geht der zombie wieder runter und jetzt wieder hoch schweigen zwischen gesagt das es kann nur wieder hoch ne der war schon wieder hoch kommen oh christine hilfe 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 roter kai welches level bist du hä nur 6 oh du noob ich bin level 8 lol da ist ein zombie kopf ja immer wenn du zombie tötest kommt zombie kopf ich glaube nicht immer nur manchmal bis jetzt jeden zombie den ich getötet habe kommt so'n scheiß zombie kopf man der mich dann immer vergiftet hat man ne du kriegst nur mehr hunger na und er hat mich vergiftet du denkst dann oooh Fleisch uuuh lalalalalala sorry mit mir ist es durchgegangen sorry was lachst du so komisch he die zombies verfolgen mich ich hab schon wieder vergessen egal fast wie bei walking dead ach ist mir überleicht wie weit hast du jetzt eigentlich schon guckt man uuuh 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 mir fehlt eigentlich nur das neueste das habe ich nicht gesehen uuuh 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 was hast du grad gemacht bei mir war grad leck uuuh nix habe ich den hallo in die mann ich habe so einen ganz großen baum gefunden der bis zu den wolkenreicht ich wohne da jetzt du enden kannst ich wohne da jetzt jetzt aus und zu hause das war ein anderer baum der genauso groß ist da kann man eine coole brücke rüber bauen da wohne ich jetzt willst du baumhaus machen oder was ja man die markiere ich mir erst mal nach überlege ich mir kommen baumhaus city bräuchten an uns nun dolly machen was müssen wir uns machen ja was und spaß was hast du gesagt haben wir strings ja zwei stück habe ich mir getan man ich brauche acht ich fahre selber heute müssen aus in der kiste sind keine aber nicht wegwerfen bitte da ist so ein komisches ein ich habe so eine smelterie gefunden wo 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 ja hier 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 guten tag herr villager die zeitkontrolle die klamotten ausziehen hast du deine hüse schon runtergezogen der beamt ist hier das ist eine ganze smelterie im prinzip ja man die nämlich hat eine kleine aber hey die ist für den anfang groß deine mutter ist groß man damit kann man ohre verdoppeln und das können wir schon von anfang an kriss was willst du mehr ich bin halt der beste ne wir brauchen nur laba sag jetzt bitte dass ich der beste bin du bist okay okay das ist ein bisschen blöd mit dem abbauen und wann es erst dann zerbricht irgendwie das sind wir wieder helfen wir mal beim abbauen ich muss uns nahrung geschaffen dass wir überleben können chris mr survival er holt die nahrung und die anderen arbeiten der hau ist doch so ein großer baum mein niegel sind immer nur um große bäume ja weil große bäume ist gleich großer baum cool ne stehst du ich wohne im haus die davon sind scharfe man hatte ich lasse aber in ruhe hallo chicken yo chick was geht yo anderes chick was geht welches level bist du sieben oder so ach du noob ich bin elf wir haben diesen farm kraft back hier nicht ne weißt du doch die wüsten pflanzen du guckst die an oder so und dann crash das game haben wir einen sattel ich habe ein pferd gefunden einfach so ein einzelner villager sonst nix ich weiß nicht mal wo krissen ist ich bin weiter nach für den gegangen nach süden das ist eine statu die bau ist ab das ist meine das ist das für eine statue da stehe ich nicht mach mal rechtsklick drauf ist mir egal man guck siehst du die engelstatue ach sooo komm kaya kommt hier weiter ich hab jetzt bisher hier sind pferde für den sattel hier sind pferde für den sattel ich hab doch gar keinen sattel mann ich hab gedacht du hast einen sattel gefunden ich hab gesagt ich habe einen sattel ach sooo ey der regen leckt ein bisschen ja weil die pferde muss quasi äh die erkunden quasi ja ja und es regnet und es regnet und es regnet oh ich hab hunger und er hat einen schwein oh nein er hat einen schwein oh riesenbaum oh guck mal kaya ich hab blueberry bush gefunden nehm sie mit nehm sie mit guck da ist wieder großbaum ja hab ich doch gesagt da ist noch großbaum der andere das ist nicht so großbaum das ist nicht was brauchen wir hier für eine eisenschaffel oder so ja schoffel einen da ist doch ein großer baum wo groß ja noch groß nein ich nix sehen du kannst gar nix sehen das ist kein spinnenbaum ja leider du bist kein spinnenbaum also lassen wir dich stehen ja ja du bist scheiße du bist kein spinnenbaum also ich mag dich nicht weil du kein spinnenbaum bist du kannst du kannst ihr lasst die Dings in Ruhe man wir haben Pferde wir haben dir nichts getan ich nehm das andere Zeug mit du meinst diese ja ich glaub die müssten mir auch Strings geben ähhh ne das waren die anderen damals im im ja aber ich kann da draus meine Strings machen das weiß ich das weiß ich das kann sein hey da ist schon wieder sowas Kai guck mal was ist das was ist das ich guck mal ich guck mal wo bist du das sieht aus wie so ein Penis bist du das ja cool ja guck was ist das das schwebt in der Luft das weiß ich nicht aber ich hab gesehen da ist eine Note drin ne ja ich weiß ne Aura Note das ist ziemlich neu das hab ich noch nie gesehen ich weiß nicht was es ist das ist komisch ich will ein anderes Dorf finden da guck mal Sack hör was ist das das ist kein Dorf die Dorfbewohner hatten kein Fricks zu bauen was ist das das ist ein Dorf aber warum doch expire und schon wieder es ist ein weil wegen einem Mord 15 übernommen das ist Bahnhof zu schützen die Roling Maschinen zu die Generator es ist und an die bitte immer ein lieb haben sie immer ein lief hier im Dorf Anruf Schienen alle mitnehmen haben sie in den Haini im Dorf hallo die sind hallo unfreundlich hallo haben sie ein Bienenheini verstehe die nicht man die reden nicht mit dir du bist fremd schick dich die reden sehr wohl mit mir man oh ich glaube der eine ist in Säure gefallen ja selbst schuld selbst schuld ja hör auf zu stöhnen man los hör auf zu stöhnen man oh schönen guten Tag petaustel oh das war eine tolle Kiste und ich hab jetzt auch schon ich hab Militia gefunden was hast du gefunden 29 kohl zu einem kann ich ihn jetzt wieder platzieren oder ich hab so einen blöden Villager im Inventar was so ein Grabstein irgendwie ich wette du kannst ihn damit wieder beschwören oder so echt ist hier cool will ich aber nicht weg damit Goldcoin den behalte ich den behalte ich warum springen die alle in die Säure die mögen uns nicht ich bin am überlegen ob ich den Rest jetzt stehen lass weil ich glaube so viele Blöcke brauche ich davon eigentlich nicht ich hab die Scharkohle gefunden ich wollte nicht wie man es erstellt sondern was ich daraus machen kann ich bin eine Dock Statue nehm ich mit die sieht süß aus kann ich nur so Toolfortspinke machen meine halbe Hand ist eingeschlafen ich kann die nicht zurückschmelzen ne in so schade ich muss mal kurz zurückgehen hier Dachen ablegen weil ich voll und so hey du bist voll voll du bist voll Hammer ich brauche ein Hammer Hallo Guten Tag Schönen guten Tag bitte ihr ne Ausweis Ausweis Polizei Kontrolle ich geh wieder die mögen mich nicht die wieder rumstehen man Oh ein Forestly House Ja man ich hab den schon geplündert Ich hab den schon geplündert Das ist ein Feuerberg ein Vulkan oder was Das ist ein Feuerberg Das ist ein Feuerberg Das ist ein Feuerberg Mach Fum Fum Das ist ein Feuerberg Na die nehm ich mit Was ist hier? Und die hier Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Haben wir genug Bücher? Ich nehm auch mal welche mit Das ist hier Warum ist hier nur Sonnstein? Hä? 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 Warum ist Hä? Wer bist du? Du siehst aus wie von Foamcrab Coins? In Emeral Cool Ich hab aber nicht Coins für dich Leute Nimm das Weizen mit was sie dir haben ey Brandschützen die Hä? Ich bin beim Feuerberg Nice Das hier brauch ich eh alles noch Die Pattern nicht Und die Pattern Dings auch nicht Aber bevor ich mir das alles herstelle Oh Da war was im Table drin Feuer Berg Den mach ich rot Weil der Feuer ist Was ist das? Was ist das? Da ist irgendwas auf Map so gefallen So Was ist das? Toolstation Builder Pattern Chest bräuch ich eigentlich noch Dann hätt ich ja alles Aua Cool Lol Die behält die Pattern drin oder wie? Okay Gut zu wissen Irgendwas interessantes Pisten Nö wahrscheinlich noch Oh was? Hä? Hä? Nichts womit ich jetzt speziell das anfangen könnte Äh Nice Okay jetzt muss ich gucken was ich ableg Sandstein brauch ich nicht Alumentum Nahtor auf jeden Fall Ähh Mehm 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 Den Rest braug ich eigentlich nicht Aber Glowstone ist auch so ne Sache Das weg Und dann nehm ich Glowstone Und Führe Oh gut braug ich nicht Chell Ich glaub, oben ist nix mehr, ne? Was? Wie groß ist normalerweise dieses Himmelstein-Gedöns? Himmelstein-Gedöns? Der mit Rödeniten, oder was das ist? Wieso? Weil der jetzt schon ziemlich groß ist. Ja, markier wieder. Teleport! Ähm, dann würd' ich sagen, wir werden uns bitte nicht vergessen. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!